Oh mein Gott, komm vielleicht, weil ich geh jetzt den retten und dann versuch dich zu retten. Kein Ding, Mann, easy. Sweet, Alter. Oh mein Gott, ich weiß, was ich gerade passiert. Hahaha. Hahaha. I think we did a... Pretty good job so far. Ein paar Sekunden später. Okay. Okay. Was? WAS? Brandnung haste ich gemacht wie... WTF? Woher? Ich hänge neben den Haken Jungen war Pissiisch! Boah! Boah! Der war move! Der war... Jungen war Pissiisch! Jungen war Pissiisch! Are you sure, Killer?! Michael, 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 Michael. Da! Lauf doch!! Tigger Näher, näher, bitte näher Näher Sitz Fuß Hey, 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 hate me Näher Help me Oh, hier ist ein verfluchtes Totem Ja, mal gucken, wie lange oh mein gott habe ich mich erschrocken 6 1 1 stunden spät oh mein gott ich muss laufen ich muss einfach nur hold w oh mein gott ist doch bei dir oh mein gott Victor ist hier bei mir putz wo bist du denn scheuert aus ist das romantischer just a little bit hier im Busch oder am Schrank oder hier in der Ecke oh ja Baby komm her alter ja ja genau genau ja weiter Eine Ewigkeit später Und die andere Weißt du was Ich schwebe wieder weg Ich schwebe wieder Warte ich lieg jetzt wieder an der Palette Ich lass mich hier extra schlachten Ich glaub das war einfach so eine Mission Okay der andere ist jetzt auch raus Er time tückisch nein Der war vor dem Ausgang mit time tückisch Und jetzt hebt er sie auf Schass wenn du einen betäubst und trotzdem so Ähm Sir Müsste gezählt haben oder Adrenalin Mhahaha Mhahaha was war das für ein bug alter hast du das gesehen oha alter da war richtig krass wie ich sie gefickt habe hanker ist einfach ein bastard ich schwöre das ist gut alter ich will die challenge ich will kills eine minüt 37 sekunden später schaffe schaffe Oha Ja, letzte Sekunde Ist Killer Shack Palette noch da? Luke Nice Was war das denn? Ich hab mich vor... Scheiße Oh mein Gott Oh mein Gott Eine Ewigkeit später Schöne Schad Schöne Schad Hurentochter, Junge. Hurentochter, Junge. Hurentochter, Junge. Hurentochter, Junge. Hurentochter, Junge. Hurentochter, Junge. ah oh nee alter Guck dir den Sehnen Ja Nea steht über mir und guckt mich an Nea Nea Sie macht einfach den Jem über mir Oh ansteckende Angst wie cool Oh mein Gott vom Berg Oh mein Gott vom Berg Oh 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 Ah hahahaha! BRUH! Oh, oh, oh. Was ist das? Woh-oh-oh! Untertitelung des ZDF, 2021 Ah! Ey David, du bist so ein Hohlkopf, ich schwöre, du bist so ein dummes Stück Scheiße, aufgezählt, du bist so ein dummes Stück Scheiße, David, du bist so ein dummes Stück Scheiße. Ey, willst du mich ficken, hast du das gesehen? Digga, ich bin tot, man, komm hier hin, bitte. Hier ist die Luke, mach schnell. Bitte, Sandra. Oh ja. Oh ja. Das war's. Oh ja. Oh ja. Oh, das nennt sich Barbecue-Pöpschen, aber das war's, 4 Kills, ne? Fuck, what the fuck? Guck mal! Nice, betäubtiger Haha, betäubt wieder, nice Schmeckt Schwingt blended Ah, man Na, ich werd die ganze Zeit schön verfolgt Er klinge ein Nutzen, ist echt geil, Digga Ich schwöre Bestes Perk der Welt Ich seh einfach, welche Paletten die schon gejust haben, welche nicht Und ein seiner Wille hat mir grad den Arsch gerettet Hat er dich jetzt? Ne, ist die andere Ja, alle Schuhe, boah, dat Hehehehe Guck mal Ja, lass dich Schuhe Oh mein Gott! Oh 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 die elter spring jetzt vor einer fresse man was bringt dass du wächst dich auf und jetzt hast du keinen bauteil mehr wenn du mich abfarmst hier oh mein gott ich habe 20 minuten später kann es nichts machen erwartet kurz vor dem ausgang mit weil er denkt ich habe noch der ist ja eben schauf ich bin eh tot er bringt mich hier nach unten ist ja der keller die luke meine ich mein gott du kannst du mich retten bist du hier bei mir ich weiß es nicht wo ist er? was ist er? er kommt er kommt er kommt scheiße was ist er nicht aufhebt ich gehe nach oben zum treppen man ich kriege richtung ausgang ok ich habe mich ob ich komme vielleicht frei oh mein gott er hat mich gesehen der wendem muss holen wo ist die luke? nein nein naja paletten safe zu spät gesehen nein was ist das für ein flepp digga save locker sogar habt geschafft flashback bleibt Eine Ewigkeit später. Eine Ewigkeit später. Scheiße. Eine Ewigkeit später. Zweitausend Jahre später. Schau, war kein DS, Digga. Ja, Digga, er wird mich campen, man. Mach Ausgang hier hinter Killer Shack auf. Irgendwo ist so jeden Ausgang, Digga, ist er bei dir? Mach auf. Ja, Einer macht schon auf. Egal, er schlägt mich, er hasst mich richtig. Bautime easy. Bautime easy. Ja, ja. Oh mein Gott. Scheiße, das nöt. Bro, ich will ihn retten, ich schwöre. Gib mal die Flashlight. Ich will ihn irgendwie retten, man. Ich versuch, ihn zu retten, er facecampt sowieso. Ich hab boah, time. Ich kann nichts machen, man. Ich kann nichts machen, man. Okay, super, 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 weil der eine ist hier in der Nähe. Man macht nöt. Okay, aber du hast nöt, ja? Die hat Baut. Die hat Baut. Hat die TS, Digga. Nein. Ja, lass heilen. Ich hab boah, time, easy. Wie kommen wir alle raus, Digga? Das sind jetzt schon zwei Videoclips, eine Runde. Halt mich da hinten, halt mich da hinten. Mich rette, du Tankst. Alter, ich bin doch gut ausgewichen. Wo ist der Kille von der echter Seite? Kommt der. Puh. Was? Ich hab zu früh gemacht. Ich hab zu früh Flaschlade gemacht. Ich hab ernsthaft eine Palette gesehen, die nicht da war. Ich drücke und denk so, oh, hier ist ja gar keine. Diesmal aber, Alter. Wer ist der Beste? Hä? 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 Ha? Ha! Ha! Ha!! Ha! Ha! Schweffelt jetzt kein Ding, so is das. Oh mein Gott, von oben wieder! Na krass, schwach, Mann. Eine Ewigkeit später. Eine Ewigkeit später Schön das zweite Mal Weiter, weiter, weiter So Oh, easy Oh, easy Oh, easy Oh, easy Oh, 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 oh. Sechseinhalb Stunden später EZ Hahaha Junge, ich fixe ihn mit roter Kotze, ne? Ja? Junge, ich habe keine Palette, ich fixe ihn, ne? Mit roter Kotze Die Frage ist wen? Digger, weißt du wie ich ihn ficke? Geht aus Shake, mach Jen Geht aus, look! Wenn er mir zuguckt, dann denkt ich von Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.